Heute bin ich hier bei einer Produktion, das heißt bei einer Studioproduktion, hier bei uns von Kreativfilm. Denn wir haben morgen eine größere Produktion hier. Ja, und ich habe mir gedacht, hier am Ende des ersten Aufbautages, ja mal ein Video hier für den YouTube-Kanal zu machen und euch ein bisschen mit reinzunehmen. Ja, wir sind hier bei einer Studioproduktion. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wenn man das Ganze hier sieht, das sieht schon ziemlich opulent und groß aus. Hinter mir ist so eine Gesprächsrunde aufgebaut. Und wir reden hier von einer Dimension von ungefähr 10 Meter Breite in einer weißen Hohlkehle und über 5 Meter Höhe. Und das ist natürlich super geeignet für große Werbespots, zum Beispiel auch mit Schauspielern, mit Models, aber auch wenn es klassische Gesprächsrunden sind. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Und was wir bei Kreativfilm machen, sind ja genau diese Werbespots zu produzieren, meistens im Auftrag von Werbeagenturen. Es ist mit Sicherheit einerseits interessant für dich mal zu erfahren, welche Produktionen hier konkret stattfinden, in welchem Kontext das mit unserer Produktionsfirma steht und wie so eine Teamgröße aussehen kann. Und ich habe mir hier meine Kladde, die ich immer dabei habe als Producer, mal mitgenommen mit ins Set. Da werde ich mir bestimmt das ab und zu mal drauf schauen, weil ich kann jetzt schon mal anteasern, in Video 2 wird es um die Technik gehen, die wir hier verwenden. Also vielleicht erstmal generell, dieses Studio, ich bin hier schon seit über 10 Jahren am Start. Also hier haben wir schon diverse Produktionen gedreht, also von Musikvideos bis hin zu Moderationen, Livestreamings natürlich sehr angesagt. Und in solchen großen Studios kann man halt auch solche coolen Gesprächsrunden machen, wie jetzt halt in dem Fall bei mir hier im Hintergrund. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber die Sachen, die uns besonders viel Spaß machen, sind halt die szenischen Aufnahmen. Das heißt, die szenischen Aufnahmen, wo man hier viel mit Licht arbeitet, wo man mit Schauspielern arbeitet, wo man vielleicht auch was inszeniert. Und ich habe mir gedacht, jetzt hier für das Video so ein bisschen mal in die Vergangenheit zu reisen. Normalerweise schaut man ja immer in die Zukunft und mal so ein bisschen zu überlegen, was waren denn so die coolsten Produktionen. Und als ich heute Morgen hier reinkam, kam erstmal der Studiobeleuchter auf mich zu, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Und wir zusammen richten immer so ein bisschen das Set ein. Ja, und eine der letzten Produktionen war tatsächlich so eine Kino-Spot-Produktion für so ein Open-Air-Kino in Krefeld. Das war sehr, sehr cool. Da hatten wir das Ganze auf grün gestrichen mit zwei Schauspielern und die haben uns zusammen agiert. Es gab so ein cooles Motion-Design, das heißt so eine Einblendung dann im Bild. Das war sehr, sehr cool. Wir hatten aber auch gerade am Anfang der Corona-Pandemie, das muss so im April, Mai gewesen sein, hatten wir so die ersten Live-Streamings hier von Kunden, die gesagt haben, naja, wir möchten gerne mal aus dem Unternehmen rauskommen. Wir möchten das dann woanders machen, zum Beispiel in so einem Studio. So ein Studio hat halt wirklich viele Vorteile. Also man kann hier in Serie Social-Media-Clips produzieren. Das ist das, was wir meistens machen. Also entweder der Kunde sagt, er hat einen Auftrag, wo er den einmaligen Image-Film produzieren möchte, dann ist zum Beispiel die Studioproduktion ein Teil der Produktion. Oder das, wo momentan der Trend hingeht, das ist eindeutig, dass man mehrere Social-Media-Clips macht für alle möglichen Kanäle. Das heißt, du kannst hier für YouTube produzieren, du kannst Instagram-Stories machen im Hochkant-Format, alles in einer sehr coolen Atmosphäre. Und ja, das Schöne ist, dass das Ganze tonsicher ist, deswegen wir drücken hier quasi auf den On-Air-Schalter und dann haben wir unsere Ruhe. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr cool für so eine Produktion. Jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, wie müsste denn so die Teamgröße aussehen oder wie sieht die so aus? Das kann ich wirklich aus der Praxis sagen. Wir sind ja gerade hier, haben noch Mittagessen gehabt, sind hier gerade raus sozusagen. Das heißt also jetzt gerade noch der Kameramann und ich sind noch hier. Und ich als Videoproducer habe halt immer die Herausforderung, die Teams so zusammenzustellen, dass das natürlich einerseits von der Mannschaft her passt, also von der, ich sage mal einfach mal von der Teamgröße, von der Qualifikation, aber auch so ein bisschen, dass das auf den Job passt. Und das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Gehen wir mal davon aus, wir möchten eine Social-Media-Serie drehen für ein Unternehmen, zum Beispiel Auftrag einer Werbeagentur. Und wir haben dann einen namhaften Kunden, dann würde ich auf jeden Fall hingehen und die wichtigsten Posten buchen. Und die wichtigsten Posten sind natürlich Regie, das heißt vielleicht in Kombination mit einer Produktionsassistenz. So machen wir das meistens, dass man da zwei Leute hat. Das heißt, man hat auch dann für die Organisation jemanden. Dann hat man einen klassischen Producer, der eigentlich dann wirklich die ganzen Finanzen im Auge behält, der die Logistik macht. Und dann, sehr interessant natürlich jetzt auch für diesen Fall, wenn man sich das große Studio hier anschaut, ist natürlich dann den Bereich Kamera. Im Bereich Kamera gibt es dann noch so Unterabteilungen, wie zum Beispiel erster Kamerasistent, zweiter Kameraassistent. Kann ich mich auch an eine Produktion erinnern, die hier im Studio war, mit mehreren Darstellern, mit so einem Cadillac im Bild. Da war, glaube ich, die Kameraabteilung vier Mann groß. Das heißt, ich hatte dann die Aufgabe, das Bild dann einzurichten. Und wir hatten dann noch einen Beleuchter am Set und noch zwei Kameraassistenten. Ja, und dann haben wir natürlich den Cast. Und zum Cast zähle ich dann halt immer so Leute wie Maske zum Beispiel, aber auch jemand, der das Kostüm organisiert. Dann sogenannte Props, das heißt also, ja, also Dinge, die dann im Set zum Beispiel stehen. Wir haben jetzt hier bei uns im Hintergrund, das kann man ja total schön sehen, zum Beispiel für so eine Gesprächsrunde, die ja auch gar nicht fertig ist. Die wird morgen nochmal ein bisschen umgestellt. Tatsächlich heute war es nur so eine Art Stellprobe. Da haben wir dann auch so ein bisschen Lichter besorgt, also so Lampen, die man sich halt dann ausleihen kann. Und man macht natürlich bei solchen Sets, die größer sind, mit einem größeren Umfang und einem größeren Volumen, wo auch viel dahinter steckt, wo sich Leute auch lange darauf vorbereitet haben, macht man sogenannte kalte Proben. Also das haben wir heute auch gemacht. Wir haben nicht aufgenommen, sondern erstmal haben die Leute sich da hingesetzt, sich das alles angeschaut und erstmal dieses Gefühl dafür entwickelt, wie sich das anfühlt, in so einem Filmset zu sein. Denn das ist ja wirklich nicht für jeden so was, dass man sagen kann, jetzt bin ich sofort dabei. Und was du daraus ziehen kannst, ist auf jeden Fall, dass wir diese coolen Produktionen, dass wir dich da häufiger mitnehmen können. Ich habe es da schon so ein bisschen angeteasert, wir werden jetzt gleich im Video 2, das drehen wir direkt hier nach, schaue ich hier mal meine Kladde und werde einfach mal schauen, ja, was für ein Equipment wir dabei haben. Das ist ja doch schon immer sehr umfangreich. Natürlich hat so ein Studio einiges dabei. Also wir haben natürlich das Licht hier und wir haben das Ganze tonsicher, das ist schon mal super. Aber es gibt einfach immer Dinge, die für jede Produktion gelten. So ein Basisset und einmal so vielleicht eine etwas größere, aufwendigere Produktion. Von daher, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten jetzt den Kanal, dann wirst du das nächste Video nicht verpassen. Dann sage ich jetzt noch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.